Was haben Sie heute Nacht geträumt? Ich habe geträumt, ich bin ein Hirsch. Ich hatte großen Hunger. Mein Gefährte war bei mir. Ich habe aus einem Bach getrunken. Sagen Sie mir, waren Sie ein Tier in Ihrem Traum? Endre, ich bin hier der Finanzdirektor. Maria Ratz, Qualitätskontrolleurin. Wollen Sie sich einen Kerl angeln, Frau Doktor? Sag mal, Lazzi, hast du nicht ein anständiges Rasierwasser? Habe ich. Mich interessiert Ihr kleiner privater Witz. Erzählen Sie mir, was Sie heute Nacht wirklich geträumt haben. Ich finde, Sie sind sehr schön. Das glaube ich Ihnen nicht. Seid ihr etwa zusammen? Die Berührung ist für Sie ein Problem, nicht wahr? Ja. Dann müssen Sie das üben. Denken Sie, es fällt mir leicht, mich hier zum Affen zu machen? Ich sterbe dran. Ich liebe Sie so sehr. Ich liebe Sie auch so sehr. Ich bin so sehr. Ich bin so sehr. Ich bin so sehr. Untertitelung des ZDF, 2020